Zunehmende Bevölkerungsdichte, gesellschaftlicher Wandel und neue Wertmaßstäbe machen Geborgenheit und Schutz heute wichtiger als je zuvor. Mit der KESO-Schließtechnik wird Sicherheit fassbar. Tag für Tag bewähren sich die kompletten Sicherheitssysteme von KESO in Schlüsselmomenten. Ihr Zusammenspiel bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Sicherung der unterschiedlichsten Bedürfnisse. KESO-Schließt den Menschen jeden Tag eine sichere Welt und noch mehr Lebensqualität. Die Schweiz im Jahr 1958. Ernst Keller meldet unter dem Firmennamen KESO, die Abkürzung für Keller & Sohn, das erste Patent für Zylinderschlösser an. Ein Schlüsselereignis in einer Zeit des Aufbruchs. Auch heute arbeiten die Ingenieure von KESO unermüdlich an neuen Lösungen für immer mehr Menschen. Mehr als 330 Patente, Partnerschaften und Verkaufsorganisationen in über 25 Ländern zeugen von der KESO-Kompetenz. Unternehmer, Architekten und Bauplaner sind die Schlüsselpersonen für jede KESO-Schließanlage. Denn die Anwender erwarten von jedem Schloss, dass es täglich einwandfrei funktioniert. Immer mehr Menschen wollen Sicherheit im Alltag. Aber eine Schließanlage muss auch ihre Rolle als Wegbereiterin erfüllen. Die umfassende Kopiersicherheit aller Elemente und die Regelung der Zutrittsberechtigung sind unsere größte Herausforderung. Die Sicherheit von öffentlichen Räumen KESOs oberstes Gebot. KESO-Kompetenz KESO-Systeme mit der Präzision von Uhrwerken. Die Rolle als Schlüsselspieler für viele Sicherheitselemente erfordert ein professionelles Engagement. Von der Produktion im eigenen Werk in Richterswil bis hin zum täglichen Einsatz aller Elemente. Perfekte Harmonie ist eine wichtige Voraussetzung, damit Kunden und Anwender auf KESO-Sicherheit vertrauen. Die Entwicklung und Produktion von idealen Sicherheitslösungen im eigenen Haus ist und bleibt der größte Trumpf von KESO. Dies garantiert jedem KESO-Anwender die gewünschte Flexibilität. KESO-Sicherheit Die Schließsysteme der Zukunft sind multifunktional, basieren aber weiterhin auf dem Schließzylinder. Seine hochentwickelte Technik ist die Basis für Innovation. Das Zeitalter der Elektronik bietet KESO Raum für neue Schließvisionen. Der Schlüssel mit Hirn gehört bereits heute zum Sortiment von KESO. Offenheit im Geschäft, Erschließung neuer Märkte, neue Partnerschaften, ständige Innovation und nicht zuletzt die Zugehörigkeit zur Asser Ableu-Gruppe bilden die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft der Marke KESO. Mechatronik steht für automatisierte Sicherheit, damit sich die Menschen in Zukunft freier und sicherer bewegen können. KESO, the key to your world.